Ja, Lierlöchen, ich bin euer Lieblingsnoop Konrad und wir spielen heute wieder Teenage Mutant Dingsbooms Turtles. Ninja Turtles. Ninja Turtles, ich sag immer Hero Turtles, das ist mir jetzt mal schon aufgefallen. Und mit dabei ist natürlich auch wieder der Storm. Kawabanga. Kawabanga, und erzähl mal, wo geht's denn heute weiter, Storm? Ja, heute spielen wir ja gegen, ich denke mir mal, das müssten die Futs sein. Karin ist, glaube ich, irgendwie bestimmt so eine Anführerin der Futs, denke ich mir mal. Karai. Karai? Okay, ja, sieht aus wie eine Futs. Ja, sieht aus wie so eine Futs-Klickerin, irgendwie so eine Anführerin, ne? Ja, dann lass uns mal die Futs jagen. Wir werden die Futs jagen, letztes Mal hatten wir ja gegen Slash. Nach etlichen Versuchen. Ja. Aufbereit muss ich noch drücken, ne? Ach, ja. Click aufbereit, starten. Starten. Der Panzer ist wieder mal poliert. Ich liebe es, eine Schönkräutin zu sein. Ja. Oh, 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 wie fließt bei dir auch? Ja, ja. Oh. Das ist kein Vibrator. Oh, das sieht ja schön aus. Mal bei Tageslicht, bisher waren wir immer unter der Erde, ne? Ja. Ist mal was anderes, ne? Ist mal richtig hell. Die Polizeiscanner registrieren überall in der Stadt Bombenwarnung. Der Entschärfungstrupp kommt nicht mehr hinterher. Also müssen wir uns der Sache annehmen. Und wie genau sollen wir das anstellen? Grün, Schindern vom hellen Hintergrund. Den Sensoren nach sind überall in diesem Gebäude Bomben platziert, die jederzeit hochgehen könnten. Oh nein. Ist das über GTA 5? Echt? Wieso sollten wir die Furt unfertigen Wolkenkratzer sprengen wollen? Weil sie dämliche Idioten sind, deshalb. Aber mit jeder Zeit meinst du doch nicht etwa innerhalb der nächsten zehn Minuten, oder Donny? Äh, genau, Mikey, klar. Wir haben mindestens zehn Minuten. Hoffentlich. Siehste, Raffi hat schon wieder Kopfschmerzen. Aber Motivation ist echt nicht dein Ding. Jetzt geht's los. So, ich bin gespannt. Weißt du noch, wie's geht? Das ist eine gute Frage. Das ist ja schon ein paar Tage her, ne? Aber das sieht echt aus wie bei GTA, ne? Ja, nur, dass es in Manhattan ist, ne? Ihr müsst sie aufhalten. Entschärfe die Bomben. Kawabanga! Töte die Putz. Yeah. Yeah. Ah, okay, schlag, aber so. Boom, boom. Und jetzt? Entschärfe die Bomben, bevor es zu spät ist. Ich entschärfe die Bomben mal, ne? Okay, ich auch. Was machen die da? Und jetzt? Und jetzt? Alle töten. Ach, da sind noch mehrere, guck mal. Die müssen wir alle entschärfen. Ich renne mal zu den anderen. Ja, geh mal zum nächsten. Da kommen ja noch mehr. Geil. Oh, oh, oh. Ich laute immer noch etwas auf dem Radar. Einen Kultieschlag habe ich niedergestreckt. Oh, ne Bombe. Ich fühle mich nicht so gut. Echt? Ja. Oh, Mikey aber auch. Da fängt ja gut an, du. Ich schmeiß ein Bomben. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ihr müsst das jetzt zu dritt aufziehen. Oh, Mikey ist K.O. gegangen. Ihr seid nur noch zu zweit. Das ruft echt gut aus. Jetzt aber schnell hoch, du. Wer hat das Licht ausgemacht? Oh, nein. Du hast es K.O. gegangen. Du bist unsere letzte Hoffnung. Das war echt der Stich. Wer braucht Feinde, wenn er solche Freunde hat? Was? Das war aber knapp. Das war echt knapp. Ja. Aber jetzt müssen wir erst mal prügeln, bevor man die nächste entfernt hat. Alles klingelt. Ich bin tot. Das läuft ja heute wieder, ne? Das läuft heute wieder richtig super. Ah, herrlich. Wo springe ich denn rum? Ah, okay. Man, du warst nochmal dieses Spitze. Ich bin auch schon wieder tot. Wo bist du? Du packst das, Bro. Ach, du stehst wieder. Hey, auch Superhirne wie ich brauchen ab und zu etwas Hilfe. Ja, das stimmt. Ich komme mal zu dir. Ich helfe mal schnell mit. Ich glaube, so viel kriegen wir das schneller entschärft, ne? Ja. Oh, da liegen Bomben. Alter. Wir sehen einen richtig an, die Jungen. Dafür müssen die erst wegprügeln, bevor wir irgendwas entschärfen können. Ach, wir haben doch noch den Köder. Den Köder müssen wir auswerfen, Konrad. Ach, Gott, wie dient das nochmal? Hey, auch Superhirne wie ich brauchen ab und zu etwas Hilfe. L-T, L-T ist da hinten, ne? Ja, links. Tun wir es! Und dann zeig mal an. Was war das? Ah, Tasse drücken und dann schmeißen wir die Köder auf. Damit können wir ein bisschen Zeit gewinnen. Fangen wir nochmal von vorne an. Hilfe! Schuhe! Ach, da steht ein Köder. Köder. Donnie ist K.O. gegangen. Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen. Wie schnell. Oh Gott, ich bin alle wieder K.O. Hä? Nell hoch. Oh, mein Seid. Alles klingelt. Boah. Wie kann man hier noch schnell beschleunigen? Boah, wie ein Anvisier mit ihren Laser-Augen. Das ist nicht die Zeit für blöde Witze, Leute. Drücke A um schneller zu fuddern. Boah, ich bin paralysiert oder so. Recht. Du packst das, Bro. Ich habe gerade eine Salami-Pizza in mir reingefürtet mit Leo. Ach, du warst schon wieder fuddern, oder was? Ja. Ohne Dampf, Wampf, Wampf oder Krampf. Ach, die können einen so paralysieren. Ach, die werfen mit Ketten, deswegen. Krass. Ist das auch nochmal auf, oder? Da kommen ja immer wieder neue. Halbe Mal die Gegner verbleiben. Dann hat man mich hier entschärfen können. Du hast länger für meine Hätte gebraucht, als ich gedacht hätte. Ohohohohohohohoho. Ich sehe schon, wir sind schon wieder zum Scheitern verurteilt. Warum ist man dich entschärfen? Wer hat das nicht das gemacht? Oh, Alter, ich war gerade drunter. Mein Schädel. Alles klingelt. Ohne, oder? So schwindelig. Ist tot? Kriegchen, aber Leo, help mir. Leo, rettet mich. Ich wollte dir nur eine Gelegenheit geben, dein Können zu zeigen. Ah, Bombe, weg. Ja. Abgeschlossen. Ja. Warst du das? Ich hab gerade noch gegen die Foot gekämpft. Ah, ich war es nämlich auch nicht. Ja, dann war es bestimmt Mikey. Guck an. Und jetzt? Jetzt wird erstmal gedanst. Denkt dran, Jungs. Wenn ihr irgendwas braucht, besucht einfach Blinder und Versteck. Meistler, Blinder, Held, jede Menge Objekte versteckt. Eitsch, haut mal rein. Das ist Versteck, oder? Ich hatte einen großen Schwarm böser Kerle. Seid vorsichtig da draußen. Ah, wir müssen nach oben. Du hast auch gerade irgendwie gelesen mit Meistersplindern, ne? Ja, irgendwas war da. Ich hab auch das Versteck gesehen, aber ich wollte da jetzt nicht rein. Ich wollte nicht unnötig alles verzögern. Ich glaube aber hier einmal einen unnötigen Kreis, das ist auch nicht schlecht. Ja, das mache ich auch irgendwie gerade. Müssen wir nach ganz oben? Ah, schau mal, hier ist das drin. Guck mal. So, müssen wir nach ganz oben? Ja, aber da fallen wir doch runter, oder nicht? Ach, da komme ich hoch. Alter. Ah, da. Hä? Das charnt echt ab. Man könnte da rüberfliegen, stimmt's. Steckst du denn? Ich bin da rübergeflogen auf das Dach von dem anderen Haus. Da bist du. Da fühl ich mich grad so ein bisschen durch. Ja, ich bin doch schon bei dir. Wir siegen alle Feinde. Boah, ich bin gerade rübergeflogen. Was ist jetzt passiert? Wow. Komm. Die Bombenjäger hier überall. Die sind, die sind krass, ne? Also da hätte ich lieber so einen fetten Gegner als diese Bombenjäger. Ja, das ist äh. Also hier ist feststeck ne? Warte mal Lupe, Lupe, da rüber, ach da rüber müssen wir da hinten sind, ey wie kommen wir da rüber? Meinst du wir können da rüber fliegen? Oh Storm schaffts ok, dann schaff ich das auch. Oder? Ich glaube ich schaff das nicht. Ich flieg einfach so ein bisschen rum. Ist ganz nett hier. Über den Wolken... ...mussen die Kröten wohl grenzenlos sein. Jungs, etwas Hilfe! Ja, ich komme. Vielleicht muss man da hoch erstmal. Von da oben kommt man vielleicht besser rüber. Oh, ich bin in den Käppchen gedeckt. Ihr müsst uns jetzt zu drück durchziehen. So, vielleicht... Hä? Flieg ich jetzt aufs falsche Dach oder was? Flieg aufs falsche Dach? Mach mal deinen Kompass an. Deine Lupe. Wer hat das Lichtass gemacht? Wo bleibst du? Muss ich da rüber? Vielleicht alleine hier. Magie ist ja auch da hinten dran über dir. Oh, ich weiß ja nicht mal wo ich hin muss. UFS K.O. entgangen. Ihr müsst das jetzt zu drückt durchziehen. Ich bin total vorbei. Egal, hier gibt's auch was zu prügeln so. Nicht schlecht Jungs, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, wir wissen nicht wie, aber es hat funktionieren. Jawohl. Meistertreffer, Rachi. Jo, irgendwie haben wir es geschafft eben gerade. Ihr solltet bald mal ins Versteck kommen und eure Vorräte aufstocken. Jungs, ich hab feindliche Truppen entdeckt, die anscheinend noch Turtles aufhalten. Ja, hier. Da rüber. Ich schicke euch sofort die Position. Hallo. Hallo. Boong. Ach, ach ich kann ja... Ach so. Stimmt, wir können ja Wände hochklettern. Wir sind ja die kletternden Schildkröten. Richtig. Oh, sag's doch gleich. Aber ich hab's geschafft mit Einsprung und dann bin ich ja auch diese komische... Ja, das hab ich gesehen, deswegen hab ich's auch so probiert. Da musst du, glaub ich, mit Anlauf oder so. Oh, nein. Wunderter, meine Güte. Hallo. So, und jetzt begib dich zu... Wo müssen wir hin? Ah, bestimmt da hoch. Ja, da müssen wir landen. Da muss hoch, da muss hoch. Und jetzt? Wohin? Hast du eine Ahnung? Äh, warte mal. Ach, jetzt müssen wir wieder da hinten hoch, oder was? Wow. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich vermute mal da hoch irgendwo. Ich gleite mal. Ich kletter mal hoch, einfach. Ja, wir müssen nach ganz oben. Okay, erledige alles. Ach, die April hat immer gut reden, ne? Ja, ja. Weißt du, die zittert, da muss ich vor Angst. Und wir müssen die ganze Scheiß-Drecksarbeit machen. Versucht sie auszuschalten, ohne entdeckt zu werden. Komm ich mal. Ich müsste sie ausschalten, ohne entdeckt zu werden. Wie soll das denn gehen? Die sollen wir lieber Casey mal hierher schicken. Ja. Mit seinem Schläger. Schläger. Oh, da steht einer. Ha, yeah. Das war super. Das war super. Ja. So, da oben steht der Nächste. Ich bin gerade runtergefallen. Oh nein. Meine Kaffeemaschine geht wieder aus. Volltreffer. Oh. Fehlgeschlagen, was? Hä? Warum? Sie haben euch jetzt deckt, und ihr nennt euch selbst Ninjas? Ah, Hallemun. Boah, die ist ganz schön frech, ne? Echt? Mauer. Ich werde beschossen. Müssen wir da schleichen, oder was? Nee, wir müssen, glaube ich, so schnell wirklich hoch, ne? Schaut mal im Versteck vorbei, wenn ihr wollt. Jungs? Bist du schon ganz oben? Helf ans Hilfe! Nee. Aber da wird auf mich geschossen. Ja. Das sehe ich. Leo ist K.O. gegangen. Ihr müsst das jetzt schon dritt durchziehen. Boah, da oben ist ein ziemlich starker Ninja, der gerade mit mir Spaß hat. Und es wird auf mich geschossen. Alter. Boah. Ich bin auf dem Weg. Ich bin weg. Oh, nee. Und jetzt falle ich da runter auch noch. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, der ist ja richtig heftig. Donny ist K.O. gegangen. Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen. Ja, Donny ist Pizza. Donny! Ja, ich komm! Olaf ist K.O. gegangen. Oh, nein. Ihr seid ihr euch zu zweit. Das sieht nicht gut aus. Tschüss. Ich wollte die Pizza nicht alleine dir verdrücken lassen. Oh. So, da ist dann. Ja, sonst bitte dann wieder nur gut gucken, ne? So, und jetzt? Wo denn jetzt? Der Feind versucht mit den gestohlenen Waren zu fliegen. Hast du den Besieg oben? Findet sie! Die Nonja? Findet sie. Feinde finden. Feinde Drab. Also der Storm. Ja. Und, und wo müssen wir hin? Wo sind denn unsere Kumpels? Die sind ganz unten, ne? Stimmt, da runter müssen wir auf die andere Seite. Ach, da unten sind sie. Die sind ganz viele Ninjas hier. Finde die. Ah, bitte. Ich hab die doch schon gefunden. Ja? Die Zeitlack langsam ab. Dann sind sie doch. Die Geldsäcke. Da sind sie. Sie haben die Wahl. Warnung, wer ist er denn? Oh, jetzt steht aber nichts. Und jetzt müssen wir das zurückbringen, oder was? Aber wohin? Ich hab keine Ahnung. Ich kletter einfach mal da hoch. Leo ist K.O. gegangen. Ihr müsst das jetzt zum Dritt durchziehen. Alter, der hat mich von hinten angegriffen. Wer hat das Licht ausgemacht? Drüben hin, oder was? 30 Sekunden noch. Oh, Mann. Die schießen. Ich bin tot, ne? Ruff ist K.O. gegangen. Ihr seid nur noch zu zweit. Das sieht nicht gut aus. Ich hab so ne Blase um mich rum. Warum? Ich hab ne Blase Entzündung. Und einen Totenkopf. Alter, Roch. Mikey ist K.O. gegangen. Ihr seid nur noch zu zweit. Das sieht nicht gut aus. Ich weiß gar nicht was. Ich bin in so ner Seifenblase drin. Was ist so ne Seifenblase? Alter. Das hört sich ja wie schlende Seifenblase an. Die Gefahrenstufe ist gerade exponentiell gestiegen. Ach du Scheiße. Das ist alles ein bisschen verwirrend grade. Wir haben kaum noch Zeit. Beeilung. Ich hab mal ein K.O. Hier. Hä? Jetzt ist er wieder oben auf den Tag, ne? Hä? Das sieht nicht gut aus. Ach nein. Ich hab das nicht rechtzeitig geschafft. Hä? Das ist nie oben. Tja, meine Hypothese war aber nicht richtig. Ich weiß es nicht. Was? Ich bin bisschen überfordert. Kao. Ja meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei den Chaoten Turtles. Ja. Wir haben Plan. Ja. Null Plan. Wir haben den Null Durchblick. Aber den so richtig. Ihr müsst sie hinwegnehmen. Schicker uns sofort die Position. Wo müssen wir denn? Ja. Das war super. So, die sollen uns jetzt mal die Position durchfucken, wo wir hin müssen. Dann wäre alles viel einfacher. Und du bist da hinten. Ja, die sind irgendwie sind wir alle ziemlich verstreut. So, naja. Ach guck mal, jetzt sind wir hier wieder ein Haufen Fuzz. Ja. Du hättest zu Hause bleiben sollen, Alter. Wolltreffer. Jetzt kommt schon wieder ein guter Kopf, ne? Die scannen den Boden von da oben aus. Also seid vorsichtig. Okay. Das heißt... So, das heißt, die scannen den Boden. Wir dürfen uns nicht entdecken, oder was? Jetzt. Das kennen sie. Und wo sollen wir hin? Da drüben, oder was? Auf das andere Gebäude hier? Also, ich verstehe es gerade auch nicht so ganz. Ich kletter einfach mal da rüber. Da wird mir nämlich was angezeigt. Ich finde die Waffen. Ich kletter jetzt hier gerade den... Transportiere die? Was? Crankbomben zu einem Portal. Ja, ich bin vorsichtig, Donny. Ja, ich bin vorsichtig. Ich sehe aber nichts mehr. Ich kletter dir gerade hier den... ...den kommischen Tower hoch. Oh, oh. Was muss ich mit der Bombe machen? Ich bin gefesselt. Du bist gefesselt? Wo bist du denn eigentlich? Bei dieser Bombe? Ach, da unten. Ach, da unten. Und ich muss die irgendwo hinbringen, aber praktisch so. Ach, ich habe die jetzt im Schleppkau so ein bisschen. Hier ist so ein blauer Strahl. Ich glaube, hier muss die bestimmt hin. So. Ich muss mal gucken, wo die hin muss jetzt. Ja, hier bei mir, glaube ich. Hier ist nämlich dieser blaue Kreis. Mit Mikey trage ich das Ding im Grad. Ich laufe ihm einfach mal hinterher. Okay, Mikey springt runter und... ...die Bombe... Ah, da wird ein Ziel angezeigt. Da hinten. Du packst das, Bro. Oh. Fein. Du hast länger für meine Rettung gebraucht, als ich gedacht hätte. Wie sollt ihr denn hier rüberkommen? Genug geträumt. Achso, natürlich. Wenn man die Bombe im Gepäck hat, ist man ein bisschen langsamer. Das ist hier nicht ganz unlogisch, aber ich bin gefesselt. Ich komme. Wenn die Gegner nicht wären, wäre das auch schon schwer genug. So, Bombe, komm. Komm mit. Da vorne ist das Ziel. Schnell. Komm, Bombe. Bombe, komm. Oh, cool. Da. Hier. Genau. Jawoll. Oh, yeah. Wir haben es verstanden. Oder? Alter. Da müssen wir jetzt gegen den Helikopter kämpfen. Und jetzt? Jetzt wird da oben was angezeigt. Müssen wir da jetzt hin, oder was? So, geh mal einfach mal. Ne, da unten wird was angezeigt. Hä? Ne. Ah, da kommt jetzt der Helikopter wieder. Ja. Der ist hier. Hä? Hä? Und was sollen wir mit dem tun? Weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir die erstmal besiegen oder so. Oh Mann. Hirnversagen. Hirnversagen. Wir müssen irgendwie da runterkriegen, oder? Ja, wie sollen wir den da hochkommen? Ich wollte dir nur eine Gelegenheit geben, dann können zu zeigen. Alter. Vielleicht können wir hier mit diesem Dinger mal werfen. Wo ist denn der jetzt? Ach hier, die die Kisten. Ich glaube, diese Dinger müssen wir bestimmt werfen gegen den Helikopter. Ach, ja, das wäre eine Idee. Aber damit kann ich ja nicht springen. Ne, aber du kannst es anvisieren. Ah ja. Ich halte mal die Gegner ein bisschen vom Hals. RB. Aua. RB zum Werfen. Klar. Wo kann ich die denn da hochwerfen? Ich glaube, anvisieren und dann irgendwie mit RB, glaube ich, loslassen. Ja, ja, aber so hoch komme ich gar nicht mit dem Anvisieren. Vielleicht muss ich irgendwie hoch springen auf diese Dinger. Oh Mann. Ich fall hier wieder runter. Oh Scheiße. Du machst das, Bro. Ich wollte dir nur eine Gelegenheit geben, dann könntest du zeigen. Aber das ist nicht so einfach, ne? Ne. Oh Gott. Das ist dann wohl gerade passiert. So, ich schnapp mir mal die Ninjas hier. Geh putz. Da wird auch noch so ein Schild angezeigt. Oh Mann. Wer soll denn die Crankbomben zu einem Portal transportieren? Aber das haben wir doch eigentlich gemacht, oder? Guck mal. Oh Scheiße. Also so kann man dem nichts anhaben, dem Hubschrauber. Aber ich hab hier noch ne... Guck mal kurz irgendwie... Alter, wer schießt denn da nicht? Mein Schädel. Alles klingelt. Boah. Scheiße. Wie kann ich denn hier nochmal schießen mit diesem Ding? Das ist ein Versteck. Das ist ein Versteck Also ich gehe jetzt mal zu dem anderen Ziel Was mir da angezeigt wird Was auch immer das sein mag Das ist aber so elendig weit weg Das andere Ziel Wo bist du? Irgendwie Was soll denn das sein? Vielleicht müssen wir hier auf diesen Hochhaus hoch Vielleicht haben wir da Da bliege ich gerade Ah da ist noch so eine Crane Bombe Ja? Ja Ganz oben? Ja Hallo ich bin da Wo bist du? Ich sehe dich nicht Wohin damit? Wohin damit? Ach du bist du bist auf den auf das Gerüst? Ja Ich bin auf den gegenübrigen Fauchhaus Oh Dann komm mal hier rüber Wir haben hier eine Bombe zu versorgen Du 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 duu So und wohin? Wohin damit? Wohin damit? Äh Na da wo ein Helikopter Da wo der Helikopter war ne wahrscheinlich Ja genau Und der war nochmal wo? Da unten Genau Genau Ah ok Aber jetzt habe ich die Bombe glaube ich nicht dabei oder? Ehrlich nicht? Mein Schädel Alles klingelt Äh Jetzt fall ich da wieder Ach man Ich fühle mich nicht so gut Wir müssen alle einfach nicht springen Du packst das Bro Oh scheiße ich werd hier grad den Hey auch Superhirne wie ich brauchen ab und zu etwas Hilfe Selbst hier mal Hier gehts gut Ich schaff das alleine Ich stütze gerade Ein paar Meter runter Leo ist K.O. gegangen Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen Ja 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 Meidi ist K.O. gegangen Du bist unsere letzte Hoffnung Lass uns nicht durch dich Gehen wir da nochmal hoch Da war es nur noch einer Da war es nur noch einer Ach Gott Wir sind schon wieder bei 23 Minuten Um Gottes Willen Um Gottes Willen Wir haben es auch nicht mehr geschafft Alter was war das? Donnie soll schon Ravi ist immer schneller Was war was? Hä? Ich werd hier an Und aus dem Nichts geprügelt Aus dem Nichts geprügelt Achtung Du packst das Bro Ach das ist der Heli Der auf den Schieß Okay Das war knapp Okay wo ist nochmal die Wo war nochmal die Runde? Die ist beim Hochhaus da ne? Ja oben Oben drauf Oben drauf Alter Oh Mann Hirnversagen Hirnversagen ja Donnie ist K.O. gegangen Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen Irgendwie sehen wir kein Land hier ne? Ne nicht wirklich Alter Wir müssen glaube ich Ich glaube das Ziel hier wirklich an der Mission ist Diese Scheißbomben erstmal abzuliefern Ja ja ich hatte ja die eine da irgendwie Aber dann äh Kommen ja nicht mal die Treppen hoch Weil der Heli dauernd auf mich schießt So Und ich finde die Treppe gerade nicht mal Ach da ist sie Oh da ist auch schade Sag mal so ist spannend ne? So jetzt haben wir es aber gleich Oder? Man kann sich hier auch 5 Minuten lang anschauen Wie man einfach die Wo bist du denn jetzt eigentlich? Ich bin jetzt ganz oben hier Auf dem Weg nach oben Aber die Bombe ist hier nicht ne? Hä die war aber hier Die wird doch auch irgendwo angezeigt hier In der Nähe Wo wird die jetzt angezeigt? In der Richtung wird hier angezeigt Hast du sie? Ja Und wo bist du? Einfach hier an der Ecke runter gehen An der Ecke runter? Ah da steht Storm Wie kann ich sie Wie kann ich die nehmen? Scheiße ich werde hier angegriffen Ah da ist sie Oh jetzt werde ich abgeballert du Alter Wie kann ich die Bombe eigentlich? Ja die nimmst du eigentlich automatisch Wenn du daneben stehst Aber irgendwie Ich glaube das ist gerade verbuggt ein bisschen Da tut sich nämlich nichts Ja ich hab das gerade gemerkt Ja ich hab das Gefühl Wir haben das Level verbuggt Nein hör doch auf Ach wie immer das ist doch normal Wenn ich irgendein Spiel spiele Dann finde ich sofort Ah Wo ist sie denn jetzt? Wo ist die jetzt? Das ist doch gerade passiert Oh ne oder? Ist die ganz runter gefallen Warte mal wo wird die mir jetzt angezeigt? Hier so Hä hier muss die sein Ich seh sie aber nicht Entweder Alter Vielleicht mal so runter hier Hier irgendwo Ah ja da liegt sie Ich seh sie aber ich bin tot Scheiße Ich sieh sie auch Hallo Hallo Donnie ist kaot Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen Ach ja die Noobs sind wieder unterwegs Ihr seid noch zu zweit Das sieht nicht gut aus Echt mal Zum Glück haben wir zwei KIs dabei du Ja Wunderbar So ich bin an der Bombe Aber irgendwie kriege ich jetzt wieder keinen Kontakt zu der Bombe Warum nicht? Ich verstehe das nicht Ich bin gleich da Als ich gerade im Panzer war habe ich Kontakt gehabt Ah jetzt Ach wir müssen zu zweit sein deswegen Ja ich hab auch den Kontakt Ah einer allein ist zu schwach Gleich rüber Moment Oh wie denn Einfach geradeaus Conard kommt zurück Wir brauchen zwei Oh nein Jetzt springe ich da Oh Warum Und jetzt Oh alter Das war wohl nicht einfach Ja was für eine Geburt Oh wir haben es geschafft Ja Gott sei Dank Das war anstrengend Echt mal Ich glaube wir beenden auch Obwohl er erstmal hier war Ja ich brauch eine Pause alter Bis zum ersten mal liebe Leute Bis dann Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss